Hallo Fabian. Hallo Dennis. Mir ist kalt. Mir auch. Es ist wirklich ein bisschen kühl draußen, dafür dass es eigentlich schon mal 25 bis 30 Grad waren. Ja. Ja, du bist zwar wieder zu kühl angezogen, aber ich hatte heute Pulli an, ja? Ein Pulli! Es ist Mai. Ja, es ist als ob hier die Postapokalypse ausgebrochen ist. Ja, das stimmt. Nämlich immer mehr Paketzusteller verlieren ihren Job. Es ist die Postapokalypse. Oh Gott, was ist das? Wir sind genau an dem Punkt des Tages nach dem langen Arbeitstag sind wir jetzt. Wir spielen Frostpunk. Ach nicht, Assassin's Creed? Aber der heißt doch auch Desmond. Desmond, genau. Aber Desmond war glaube ich nicht aus London, der war aus Amerika irgendwo. Der ist ja auch ein Flüchtling aus London. Der heißt ja nicht, dass er aus London kommt. Das ist auch vor allem Anne Desmond, das ist eine Frau. Das ist eine medizinische Helferin. Das ist sexistisch. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Also Frostpunk von den Eleven Bit Studios ist... Merkt euch diesen Namen. Eleven Bit Studios ist ganz wichtig. Haben wir neulich in einem Kneipenquiz gebraucht. Deswegen merken. Das ist das zweite Spiel von denen. Das erste war This War of Mine. Hat große Wellen geschlagen. Tatsächlich für so ein relativ kleines Indie-Strategiespiel. Was es war auf ne Art. Knobel-Strategie-Ding. Und auch Frostpunk jetzt der... Naja, Nachfolger ist es nicht. Aber das zweite Spiel aus dem Haus. Scheint jetzt auch gut durch die Decke zu gehen. Aber hallo. War jetzt irgendwie nach wenigen Tagen schon 250.000 Mal verkauft. Die meinten, die sind schon lange Break-Even. So viel Geld haben sie da nicht reingesteckt. Also 52.000, das kostet 30 Euro. Also da kann man schon ein bisschen was verdienen mit. Und die Macher haben auch noch sehr, sehr viel vor. Wenn man im Forum kurz mal durchliest, was dann quasi noch auf der To-Do-Liste steht. Darüber können wir ja gleich reden. Wenn wir spielen, jetzt würde ich erstmal reingehen. Ein neues Zuhause starten. Es ist wohl tatsächlich ein Städte-Aufbauspiel im Wesentlichen. Wenn man es so runterbrechen will. Das hätte man nicht gedacht. Das hätte eher sowas wie Musikspiel sein können. Frostpunk. Ja, genau. Also ein bisschen unterkühlte Punkmusik. Richtig. Also irgendwie Konter. Es passt nicht so richtig. Punk ist irgendwie immer sehr hitzig. Ja, aber deswegen Frostpunk. Ja. Gut. Ja. Gucken wir mal rein. Es geht wohl. Es spielt wohl in der Post-Apokalypse, wie du gesagt hast. Es ist alles zugefroren. Es ist ein bisschen die Welt von diesem Film mit dem Zug. Ja, genau. Der lustige... Forrest Gump? Genau. Der Film mit dem Zug. Genau. Schauen wir doch mal, was hier abgeht. Ah, das kenne ich. Das ist Sephora Doomsday. Da war es gar nicht so kalt. Doch. Am Anfang? Am Anfang, ja. Das ist auch der Anfang. Ah, okay. Jetzt, wo du es sagst. Was ist eigentlich nicht so kalt. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. A madder wealth of class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to Plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey. And we paid the price a hundred times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Why are we now going to the North, Dennis? Um the last city of mankind to build. Hör doch zu. Ruhe jetzt, wir müssen überleben. Okay. Im Norden ist es wärmer als im Süden, das weiß man doch. Hat mich Game of Thrones was damals gewehrt? Ja, gut, Game of Thrones, diese Dokumentation über Geografie. Ja, das ist Frostpunk. Es wird zu schweren Entscheidungen kommen. Es ist so ein bisschen das Key Feature von This War of Mine gewesen, wo man eine kleine Flüchtlings- oder nicht Flüchtlingsüberlebensgruppe in einem Kriegsgebiet gespielt hat. Und man managen musste, wo kriegen sie die Nahrung her, wie behandelt man Wunden und so weiter. Es war alles so Mikro-Management von einer kleinen Gruppe. Hier ist es jetzt sozusagen eine sehr große Gruppe, aber es geht fast eigentlich folgerichtig weiter mit einer Art kleinen Stadt, die man aufbaut. Und man muss eben auch schwere Entscheidungen treffen, um zu überleben. Wir müssen überleben, steht da schon. Richtig, wie im echten Leben. Ja, da muss man auch manchmal schwere Entscheidungen treffen. Esse ich einen Snickers oder einen Mars? Das ist manchmal wirklich schwer. Habe ich eine Nussallergie? Nehme ich den Ferrari oder den Porsche? Ja, warum nicht beides? Weil ich nur ein Auto gleichzeitig fahren kann. Fabian, jetzt sei doch mal ein bisschen... Abschleppseil. Wir müssen den Generator zum Laufen bringen. Er versorgt andere Gebäude mit Wärme und Dampfkraft. Ohne ihn werden wir erfrieren. Das Ganze ist so ein bisschen steampunkig. Also finde ich eigentlich auch ganz schön, dass es nicht immer unsere Zeit fortspinnt, sondern dass sozusagen aus dem viktorianischen Zeit... Es ist eher frostpunkig. Es ist frostpunkig. Ja, du hast recht. Oh Gott. Sehr gut. Lagere Kohle ein. Genau, und das Wichtigste sehen wir gleich oben. Es ist minus 20 Grad. Es ist nicht so warm. Also, wobei minus 20 geht ja noch. In diesem Haus gehorchen wir den Gesetzen der Thermodynamik. Lagere Kohle ein. So, die Frage ist, wie mache ich das? Vorratslager. Da ist Vorratslager so. Da ist keine Kohle dann. Da ist keine Kohle. Genau. Wo kriege ich denn Kohle her? Rohstoffe und Arbeitskräfte. Ach, da blinkt das Tutorial. Nice. Ich kann die Kamera... Ja, okay. Das habe ich schon kapiert. Wie heißt die? Rohstoffmanagement ist entscheidend für das Überleben. Du brauchst Kohle, um den Generator mit Strom zu versorgen. Holz und Stahl sind für den Bau und Forschung notwendig. Dampfkerne, bemerkenswert, was auch immer das ist, sind ein wichtiger Bestandteil moderner Gebäude, natürlich. Steamcourse, ja. Kennen wir so. Rohnahrung wird für die Zubereitung von Essensrationen verwendet. Später im Spiel können weitere Arten von Rohstoffen auftauchen. Vielleicht doch nicht. Sie tauchen einfach auf. Nein. Zum Beispiel zwei neue wieder ausgegraut oben im... Egal. Ja, okay. Es werden noch zwei dazukommen. Die meisten Gebäude erfordern Menschen, dort arbeiten bestimmte Gebäude, verwenden nur Ingenieure und andere nur Arbeiter. Und Personen an der Arbeitsflug zu ordnen, klicke auf einen Arbeitsplatz und benutze das Zuordnungsfenster. Also es ist auf Arbeitsplatz basierend, okay. So, jetzt ist die Frage, wo kriegen wir Kohle her? Da waren bestimmte Spots. Zoom mal bitte raus. Diese Sachen hier. Holzkisten. Stahltrümmer. Das kann man dann wahrscheinlich einsammeln. Kohle vorkommen. Da kannst du jetzt wahrscheinlich auf das rote Kästchen, kannst du Menschen dazu? Mindestens ein Arbeiter erforderlich. Okay. Ich kann ja mal gucken. Ist hier auch irgendwas Näheres? Hier sind Stahltrümmer, Holzkisten, also gefrorene Bäume, Kohlehaufen. Na, dann ist das wahrscheinlich schon mit das nächste hier. Gucken wir doch mal. Was kannst du denn da unten bauen? Weil wenn ich jetzt in Age of Empire wäre, würde ich da erstmal gleich... Eine mäßig isolierte Unkunft, in der zehn Personen schlafen können. Nee, Rohstoffe. Rohstoffe, eine Sammelstelle, die sammeln Rohstoffes nah an Kohlehaufen, Holzkisten und Stahltrümmer. Das heißt, wenn ich jetzt sowas hier baue und zwar in der Nähe von... Da oben ist das Kohleding. Ich würde jetzt erstmal die Sachen hier mitnehmen, die hier näher dran liegen, weil umso weiter wir uns... Ah, da ist auch ein Kohlehaufen, okay. So weiter wir uns entfernen, desto eher kann ich mir vorstellen, dass... Was passiert denn? Ich hau jetzt ja einfach mal in den Kohlehaufen einfach mal einen Arbeiter rein. Was passiert denn da? Was macht denn da? Dann braucht der 1,2 Einheiten, also in der Stunde kann er 3,6... Guck mal, die latschen jetzt hier nämlich schön durch den Schnee und sterben dabei hoffentlich. Geil. Ne, heranzoomen kann ich übrigens nicht. Hast du jetzt die Sammelstelle schon gebaut? Nö. Die laufen jetzt einfach... Also die Sammelstelle kann ich sozusagen versetzt dann den Ausgangspunkt halt einfach, weißt du? Die müssen jetzt weiter laufen. Gehen die dann direkt zur Sammelstelle? Weil so müssten sie ja immer hin und her. Und wenn du die Sammelstelle machst... Ja, ich denke mal, die gehen dann direkt zur Sammelstelle. Aber die hast du noch nicht gebaut, denke ich. Ne, die gehen dann, wenn ich eine gebaut habe, direkt zur Sammelstelle. Ich habe ja noch keine. Wenn ich jetzt hier eine Sammelstelle baue... Das Problem ist halt, dass wir in konzentrischen Kreisen nur bauen können, um unseren Generator rum. Ja. Was momentan noch ziemlich egal ist, weil der ist ja noch nicht an. Aber wenn ich jetzt... Er grenzt nicht an eine Straße. Grenzt nicht an eine Straße. Wie baut man denn Straßen? Wir lernen ja noch. Ich hoffe, die sterben jetzt hier gerade alle, oder? Also ich meine... Nee. Allein in dieser Welt. Oh! Ich meine, kein Problem. Würde sie niemand vermissen. 80 sind obdachlos. Man könnte also auch mal eine Obdach denen dann bauen. Ja, aber komm. Was gibt es denn noch? Eine Werkstatt, die mit allem ausgestattet ist. Okay, das brauchen wir später. Die sind in der Postakulüpse. Die brauchen jetzt nicht schon wieder 12 Stunden Arbeitszeit. Sanitätsstunden. Eine Straße bauen. Guck mal, hier kann ich jetzt eine Straße bauen. Soll ich mal eine Straße bauen? Ich baue mal eine Straße. Die hätte ich dann aber eher hier in die Mitte gemacht. Zwischen die großen Vorkommen, wo wir eh hin müssen. Okay, dann bauen wir mal eine Straße. Guck mal, die muss jetzt wahrscheinlich auch noch gebaut werden. Ja. Da latschen jetzt automatisch. Das finde ich aber nett animiert. Grafisch finde ich es übrigens sehr schön, so auf den ersten Blick. Ja. Vor allem unsere ganze Population ist quasi wirklich gleich vorhanden. Sonst hast du es ja, dass manchmal einfach welche aufploppen. Ja, also ich denke mal, da werden später noch neue dazukommen. Ist da was Neues im Tutorial oben gekommen? Oben links? Blinkt das denn? Zeitsteuerung. Man kann die Zeit beschleunigen, bla bla bla. Ja, okay. Ist klar. Ist klar. Wenn etwas Wichtiges passiert, das Spiel verlangsamt sich auf normale Geschwindigkeit jeden Morgen um fünf. Also immer am Morgen. So, ich denke mal, über die Straße werden sie dann auch schneller hier hinkommen. Also das macht wahrscheinlich Sinn. Unzufriedenheit ist auch noch nicht so hoch. Man kann, das habe ich gelesen, man kann auch als Anführer abgewählt werden. Wenn die Unzufriedenheit zu groß wird, dann ist das Spiel auch zu Ende. Ah, geil. Also man darf auch unzufriedenheitlich zu hoch werden lassen. Bau. Bau. Verwende das Baumenü, ist schon klar. Also abreißen kann ich auch jederzeit wieder. Wenn es grün wird, dann ist gültig die Platzierung. Gebäude innerhalb der Wärmezone sind wärmer und bieten bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Macht irgendwie Sinn. Um die Wärmezone optimal zu nutzen, werden die Gebäude auf einem Gitternetz angeordnet. Alle Gebäude müssen über eine Straße mit einem Generator verbunden sein. Weil Wärme über Straßen transportiert wird. Bekanntlich. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Sammelstelle baue, hier irgendwo, können ja hier hinten die irgendwie so hinbauen, ne? So zwischen die beiden. Ja, dann reicht nämlich das, also der Kreis um die Sammelstelle reicht noch an das ein große Kohlevorkommen. So, das müsste jetzt eigentlich passen. Finde ich gut. Die Straße befindet sich im Bau. Na gut, macht mal. Dann baue ich die Straße und die habe ich noch nicht so weit gezogen, glaube ich. Hast du mich? Doch, gerade so. So. Dann würde ich die jetzt da vorne mal ransetzen. Und gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ich meine, wenn jetzt innerhalb von 20 Minuten alle sterben, dann ist es halt so. Ist eine Postoperklüpse, da können wir auch nichts gegen machen. Genau, da kann ich mit 1, 2, 3, kann ich auch beschleunigen. Genau, sehr schön. Oh, guck mal. Hier, gleich ein Rebell, der quer rüber läuft. Ja, das ist wie immer, ne? Da baust du immer so rechtwinklige Straßen. Ja, und dann gehen die Leute quer rüber. Da hast du immer, hast du so ein paar Schlaue, die dann wieder die 2 Meter abkürzen müssen. Weißt du, das machen die jetzt auch graduell, ne? Die Ecke, ja, die wird jetzt ausgefranst und dann benutzt keiner mehr die Straßen. Ich pack mal da 10 Leute rein. Ich will hier mal ein bisschen mehr produzieren. Oh, Generator. Wir haben übrigens schon 40 Ko... Was ist hier? Was passiert hier? Was ist das? Dach über den Köpfen. Unterkunftsprobleme. Käpt'n, die Einwohner sind verständlicherweise besorgt über den Mangel an Unterkünften. Wenn diese entsetzlichen Kälte im Freischlafen zu müssen, macht sie krank. Wir sollten etwas unternehmen. Ich werde für einige Unterkünfte sorgen. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Halt die Fresse! Du hast 2 Tage Zeit um 40 Einwohner. Das kriegen wir hin, oder? Oh, ich weiß nicht. Wie viel passt in so ein Zelt? 10. Also wir müssen 4 Dinger bauen. Du hast 2 Tage Zeit um 80. Also eher, das schaffen wir eher. Das schaffen wir eher, aber müssen wir es überhaupt schaffen. Ja, weil die Unzufriedenheit sonst steigt, wenn wir es nicht machen. Okay. Also ich würde jetzt einfach mal ansagen, das kriegen wir hin. Außerdem haben wir dann jetzt eine Mission mehr. Ich mag es, wenn ganz viele Quests aufploppen. So, was brauchen wir denn? Lagerkohl ein. 40 von 200 haben wir schon. Was brauchen wir denn an Bewohnerzelt? Wir brauchen 10 Holz. Das heißt, wir müssen auch noch Holz abbauen. Das nächste Holz ist wahrscheinlich... War das nicht da unten auch? Hier ist... Nee, nee, da weiter unten. Hier ist auch noch Holz. Gefrorene Bäume. Bau in der Nähe ein Sägewerk. Aha, okay. Ist also doch schwieriger als gedacht. Rohstoffe. Wir haben noch gar kein Sägewerk. Also wir müssen erstmal eine Werkstatt und so. Also was ist mit dem Holz? Das können wir einfach so sammeln, glaube ich. Okay. Das reicht dann auch für die Unterkünfte wenigstens mal. Ja, dann packe ich da jetzt auch nochmal... Komm, da müssen wir jetzt mal hier voll... Wir haben ja genug Arbeiter. Okay, was passiert hier? Heizung ist ausgefallen. Der Generator... Ja, wir müssen zuerst Kohle sammeln, ihr Vollidioten. Zieh das Notfall... Naja, ich kann ja auch einfach erstmal... Was passiert hier? Also ich kann jetzt... Kinderarbeit. Ja, sofort. Sofort. Das war noch nicht von vornherein. Genau, ich kann mir jetzt... Das sind die schwierigen Entscheidungen, von denen wir gesprochen haben. Genau, man kann zum Beispiel jetzt, wenn ich das unterzeichne, das Gesetz... Man kann übrigens Gesetze nicht wieder zurücknehmen. Natürlich nicht. Also wenn Sie einmal unterzeichnen sind... Politiker. Dann ist das so. Hör zu. Theoretisch geht das ja in der Realität. Manchmal ist es sogar sehr sinnvoll. Nach Einführung dieses Gesetzes, wenn ich Notfallschichten... Dann kann ich... Einführe, dann kann ich Arbeiter 24 Stunden durcharbeiten lassen. Dadurch wird natürlich die Unzufriedenheit erhöht. Aber ich brauche das jetzt erstmal nicht, weil wir haben ja noch gar nicht alle Arbeiter zugeteilt. Ich habe ja hier noch nicht mal 15 Leute in der Kohle drin. Jetzt. So. Was ist denn hier? Die Weisheit der Menge. Käpt'n, wenn Forderungen gestellt werden... Denken Sie daran, die Leute suchen meist die schnellste Lösung, nicht die beste. Sie müssen nicht jede Bitte erfüllen. Wenn Sie das Problem auf Ihre Weise lösen, ist das auch in Ordnung. Okay. Ich habe deine Frau getötet. Das war die beste Lösung. Das war für mich die beste Lösung jetzt. So, jetzt ist abends. Jetzt gehen Sie pennen. Jetzt wird nicht mehr weitergearbeitet. Weil? Außer Betrieb. Ach guck mal, die Sammelstelle ist außer Betrieb. Also vielleicht hätte ich die Sammelstelle dann auch mal anschalten müssen. Die Frage ist... Was ist denn hier? Ingenieure sind das dann... Hier ist doch schon... Werden Kohle sammeln oder ist... Naja, nee, werden Kohle sammeln, weil es zu dieser Zeit geschossen ist. Ah, okay. Aber brauche ich denn jetzt Ingenieure da in dem Laden oder... Es ist nur Sammeln. Es ist nur Sammeln, oder? Brauchst du keine Ingenieure. Also in Laboren würde ich Ingenieure... Macht wahrscheinlich Sinn, ja. Produktion. So, da haben wir eigentlich 420 am Tag. Da müsste jetzt eigentlich mal ein bisschen was bei rumkommen. So. Und 60 am Tag reicht eigentlich auch, um damit die Häuser... Ich brauche nur 10 pro... Pro Haus. Pro Zelt. Das war aber gerade Kohle, was du gesehen hast, oder? Nee, nee, nee. Das war schon richtig alles, was ich sage. Hier. Das sind 60 pro Tag. Holz. Krankheit und Gesundheitswesen. Gucken wir doch mal. Ui, ui, ui. Kalte Wohnungen oder Arbeitsplätze lassen Menschen krank werden. Kälten die sich. Bisschen Tee und dann geht das wieder. Ohne richtige Pflege können sie schwer krank werden und sterben. Die Kranken können in Sanitätsstationen behandelt werden. Die Schwerkranken brauchen jedoch ein Krankenhaus. Bis du eins gebaut hast, kannst du ihr Leben retten, indem du eines von zwei Gesetzen unterschreibst. Das Gesetz radikale Behandlung erlaubt es dir, schwerkranke Menschen in medizinischer Einrichtung zu behandeln, aber einige von ihnen werden als Amputierte zurückgelassen. Das Gesetz Lebenserhaltung erlaubt es dir, die Schwerkranken in Sanitätsstationen oder Pflegeheimen auf unbestimmte Zeit am Leben zu halten, aber unbehandelt. Also die Krankheit bleibt dann. Aha. Hä? Wie kriegen wir die am Leben, ohne die Krankheit zu bekämpfen? Eingefroren. Wir haben die nur Kälte. Also ich meine. Grüß, Saase. Müssen wir erst erforschen. Genau. So, wir haben einen Kranken. Tim Best ist wohl nicht der Beste gewesen. Survival of the fittest. So. Ja, der hat schon seinen Job. Der weiß schon, wie es abgeht. So, jetzt hier mal weiter vorspulen. Wir müssen ja hier mal vorankommen. Richtig. Mach doch mal auf drei. Das ist die Nacht. 24 Einwohner sind gestorben. Nein. Das ist schlecht. Leute erfroren. Sind heute nicht aufgewacht. Sie sind ganz einfach im Schlaf erfroren. Das darf nicht noch einmal passieren. Ja, weil dann haben wir niemanden mehr. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Nee. Mehr. Zieht das Friedhofgesetz oder das Gesetz zur Entsorgung von Leichen in. Das sollten wir vielleicht machen, oder? Also wobei andererseits kann man die Leiden nicht mehr essen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt geht. Aber ich meine, Friedhof, dann vergraben wir die. Ist ja auch nicht geil. Wir werden einen Friedhof verrichten, um um Toten Würde und Respekt vorruhen zu lassen. Die Hoffnung steigt leicht an. Kein Krankheitsrisiko. Jede Beärgung hat einen Einwohner für ein paar Stunden von der Arbeit ab. Du musst einen Friedhof bauen. Oder Entsorgung von Leichen. Eine Schneegrube. Die Kälte wird die Verwesung aufhalten. Kein Krankheitsrisiko. Leichen werden zur möglichen späteren Verwendung konserviert. Für Organtransplantationen vielleicht oder so. Ich sehe hier unten zum Beispiel Organtransplantationen, die man da machen kann. Du musst eine Schneegrube graben. Die Hoffnung sinkt. Die Unzufriedenheit steigt. Finde ich nicht so gut. Unzufriedenheit? Scheiß drauf. Darf ich auch gar nicht unterzeichnen gerade. Naja, gut. Wir lassen das jetzt mal mit den Gesetzen. Nun gut. Verzweifelte Einwohner. Letzte Warnung. Wir sind schon fünf Minuten dabei. Ja. Siehst du mal. Guck mal, wie die Unzufriedenheit steigt. Also vielleicht ist das Erste, was man machen sollte, ist tatsächlich... Aber wenn ich... Ist nicht das Erste, was man machen sollte, erstmal den Generator anschmeißen? Ja. Das habe ich doch versucht. Die schlagen hier wieder was. Kritischer Engpass. Das ist Notfallschicht. Nicht jetzt. Komm, wir haben doch noch genug Leute. Jetzt kümmert euch mal. Kann ja nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Dampfstufe. Kann ich die schon anschalten? Ach, guck mal. Das hätten sie mir ja mal früher sagen können. Das ist gemein. Ich dachte, ich brauche 80, um ihn Temperatur zu schenken. Ah, ich hasse dieses Spiel. Sag mir doch, was ich tun soll. Ähm, genau. Verbraucht mindestens sechs Einheiten Kohle pro Stunde. Kannst Generatoraufwertung erforschen, um die Wärmeleistung erhöhen, die Wärmezone vergrößern und den Kohleverbrauch verringern. Okay, also dafür ist dann Forschung sinnvoll. Tag-Nacht-Zyklus. Die Stadt erwacht ungefähr um sechs. Die Leute haben etwas freie Zeit, bis die Arbeitsschicht um acht wird. Also nicht in meiner Stadt. Da geht um sechs, wird losgearbeitet direkt. Kein Frühstück. So. Was ich viel schlimmer finde, dass sie von 18 bis 24 Uhr auch nochmal Freizeit haben. Was ist da los, ey? Ganz ehrlich. Du hast nicht von 18 bis 24 Uhr frei. Nee. Du kommst ja immer erst um 24 Uhr nach Hause. Weil du kannst zehn Stunden Schicht verlängern, wenn du bestimmte Gesetze unterschreibst. Ja, das wird aber sofort gemacht. Aber das ist jetzt echt scheiße, dass die das mit dem Generator nicht gesagt haben. Ja, das ist diese eine Information. Da werden jetzt bestimmt nicht 24 gleich. 24, sondern vielleicht nur fünf oder so dann erfroren. Oder gar keine Ahnung. Oder gar keiner. Die waren ja alle im Bereich von dem Generator. Die Temperaturen innerhalb hängt voneinander. Wie kann ich denn diese Sicht sehen? Haben wir hier irgendwo diese Temperatursicht? Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe es auch nicht. Doch da. So. Ja, wie... Auch kommen, die sollen sich doch aneinander wärmen. So, Dampfstuhl. Aber sechs Pro ist schon ganz schön krass, oder? Wie viel haben wir eingelagert? 40. Und 200 sollen wir einlagern. Ja. Und wenn wir uns mal... Guck mal, da kann ich die Wärmesicht anmachen. Ah. Sozusagen überhaupt wärmen. Würde ich's machen. Wenn ich... Jetzt komme ich hier nicht mit Felder-System. Entschuldigung. Ich höre schon auf. Also hier ist dieser große Wald. Da würde ich gerne ran. Deswegen würde ich jetzt hier, glaube ich mal, hier vielleicht so die Straße durchbauen wollen. Ja. Ähm, also baue ich jetzt mal das Zelt da hin. Baut mal da. Das wird gemacht. Das heißt... Verbleibende Zeit etwa. Achso. Okay. Das hätte ich schon gedacht. Vier Tage. Nee, die kriegen das schon hin. Die Jungs und Mädels, es ist jetzt mittags. Wir haben genug Dampf. Äh, genug Dampf. Genug Kohle, um hier das Ding ordentlich laufen zu lassen. Und die Quest könnte auch bald fertig sein. Lagere Kohle ein. 200. Genau. Aktiviere ich, steigere die Hoffnung auf 15. Na, weiß ich nicht. Acht Kinder sind gestorben. 16 Erwachsene. Eine unbeliebte Entscheidung. Was haben wir denn unbeliebtes gemacht? Ich weiß nicht. Ich mache immer alles nur gut. So, jetzt dürfen hier 10 Leute drin wohnen. Wir bauen gleich noch eins, weil... Wir brauchen vier. Wir brauchen vier. Genau. Dann müssen wir noch ein bisschen was machen. Und wir haben nicht mehr so mega viel Zeit. Nahrungsmittel. Beruhigende Wärme. Aber wir sollten das nicht als selbstverständlich ansehen. Wenn der Generator ausfällt, stirbt die Stadt sehr achtsam mit den Kohlereserven. Ich hoffe, dass die Kohlefelder dahinten, dass die unendlich sind, weil ich habe... Nein, sicher nicht. Ja, aber wie soll man das? Willkommen in der Wirklichkeit. Kümmern wir uns jetzt zum Nahrungsmittel. Es wird keine Stadt geben, wenn wir verhungern. Finde einen Weg, Rohnahrung beizustellen und baue ein Speisehaus um Mahlzeiten. Also ich glaube, die Stadt wird es immer noch geben. Ob ihr dann noch dabei seid? Ja, okay. Das ist eine gute Frage. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen. An der Stelle... Ja, ist ja fast schon 18 Uhr, ne? Da haben wir Freizeit. Genau, haben wir Freizeit. Wir machen jetzt irgendwas ganz anderes. Ich würde sagen, wir kuscheln uns jetzt schön in irgendeiner warmen Decke ein. Zum Beispiel. Trinken Tee. Trinken Grog. Heben Schneegruben aus. Essen, essen, heiße Suppe. Was man halt alles so macht, wenn es einem nicht so scheiße geht wie unseren Wohnen da. Gut, Leute. Bis zur nächsten Folge von Frostpunk. Ciao. Bis dann. Bis dann.